Wird die Zeit, in der ich eine EM-Rente erhalte, auf die Wartezeit der 35 Jahre für eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen mit angerechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Ich habe eine Anfrage auf RentenBescheid24.de erhalten und zwar möchte die Kundin wissen, ob die Zeit des Bezugs ihrer Erwerbsminderungsrente auf die Wartezeit einer möglichen Altersrente für schwerbehinderte Menschen, das sind 35 Jahre, angerechnet wird. Sie bezieht eine EM-Rente auf Dauer und sie bekommt die Zurechnungszeit ab dem 1. Januar 2019 anerkannt. Das heißt also, ihre Rente beginnt mit den neuen Regelungen ab dem 1. Januar 2019. Grundsätzlich wird auf die Wartezeit der 35 Jahre für eine vorgezogene Altersrente, zum Beispiel Altersrente für langjährig versichert oder Altersrente für schwerbehinderte Menschen, de facto jede rentenrechtliche Zeit anerkannt. Unter anderem auch Anrechnungszeiten. Und zu den Anrechnungszeiten zählen auch sogenannte Rentenbezugszeiten mit Zurechnungszeit. Und der klassische Anwendungsfall einer Rentenbezugszeit mit Zurechnungszeit ist eine Erwerbsminderungsrente. Das heißt also, jeder Kalendermonat, den ich eine EM-Rente erhalte, parallel mit einer Zurechnungszeit, wird als Anrechnungszeit nach § 58 SGB VI anerkannt. So ist der Grundsatz. Das heißt also, wenn ich 10 Jahre eine EM-Rente beziehe, inklusive dieser Zurechnungszeit, bekomme ich diese 10 Jahre als Kalendermonate auf die 35 Jahre Wartezeit anerkannt. So ist die gesetzliche Regel. Und damit können Sie im Grundsatz die 35 Jahre Wartezeit erreichen. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie ganz sicher sein wollen, fordern Sie doch einfach von der Deutschen Rentenversicherung nach § 109 SGB VI eine fiktive, eine Rentenberechnung für die mögliche Rentenhöhe Ihrer Altersrente zum gewünschten Termin ab. Zur Abgabe dieser Rentenauskunft ist die Deutsche Rentenversicherung seit dem 01.07.2021 verbindlich verpflichtet. So steht es in § 109 SGB VI geschrieben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Krö近land Ihr acht宽 voi Ihr achtet Vielen Dank.